Okay, geht's? Seid ihr ready? Ja! 3, 2, 1... Flo, Junge! Ihr seid solche Idioten, Mann! Aber die Ehre! Und herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal! Heute mit... Super! Ich würde sagen, wir starten in den Runden! Genauso ist es... Ich bin innocent! Ich bin innocent! Ich bin Detective, lol! Ich bin innocent! Ein Restergamer, was heißt innocent rückwärts ausgesprochen? T-N-E-C-O-N-N-I Und ich hab's nicht aufgeschrieben! Ja! Ja, wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Er hat's aufgeschrieben! Ich... Ich hab's nicht aufgeschrieben! Ich hab's nicht aufgeschrieben! Kommpist! Lender hat auf Dings mit'n Schwert geschlagen! Nein, es war ein Pfeil! Unlegit Lender? Doch, doch! Ich geh in den Tester! Ich geh in den Tester! Ich geh in den Tester! Turtl ist der einzige Detective, Alter, wie belastend! Auch du gleich! Flo, wo ist Flo? Wo ist Flo? Geht's in den Tester! Ey, die zwei kommen mir schon zu dumm! Boah, hier, runter mit dem! AAAAAAAAHHHHH! Cash over Traitor! Gnab ich über Traitor! Gnab ich über Traitor! Junge, ich hab mein Traitor-Post bin, du! Also Turtl! Dann ist... Dann ist vielleicht... Dann ist vielleicht... Markus... Bist du? Ja, muss es ja, oder? Der alte Slender! Markus, geh rein! Oder Turtl! Ne Spaß! Bist du nur dumm, oder? Ey! Ähm... Der ist grad gestorben! Ich glaub, ich glaub, Marcel ist... Marcel ist... Marcel ist... Marcel ist... Marcel ist... Marcel ist... Ich komm mir vor wie ein Overwatch! Hallo! Sorry! Nicht? Wo ist er? Wahrscheinlich unten! Wo? Hier unten! Hallo! Hier ist er doch! Hallo! Habe ihn! Habe ihn! Wuuu! Nice! Wisst ihr, was gut ankommt, wenn jemand von euch ne Geschichte erzählt? Also... Dann in die Küche gegangen, wir haben mir Wurstbrot gemacht, mit Salami, Käsesalat, war geil! Echt? Geil! Dann beiß ich so rein, ich denk mir so, schmeckt merkwürdig! Ich guck drauf, Digga, da war Frischkäse drauf! Aber ich hab da kein Frischkäse drauf gemacht! Und das war sehr traumatisiert für mich, aber ich hab's dann gemacht! Immer als auf 10 Minuten hochpushen, wegen Money und so! Weil du ja mit 200 Abonnenten Money machst! Mit in mein Loch! Nein! Ich geh wieder weg! Ich geh wieder weg! Ich bin... Was fällt mir? Ich bin wieder innocent! Die Beams Detective! Warum bin ich so freilich? So freilich! So freilich! Killt mich! Killt mich! Okay, mach einfach! Er ist wirklich Traitor! Ja! Warte! Flo! Ja! Oh! Flo ist nicht Traitor! Flo ist nicht Traitor! Wieso bist du als Traitor denn gestorben? Markus! Jetzt geh ich noch mal! Ich mein Filmski! Mann, Flo schlägt mich! Hilfe! Ich war doch schon! Nein, du bist Traitor! Ich war nicht! Ich war nicht! Ich war nicht! Flo ist! Er war! Scheiße, Flo war ein Innocent! Tut mir leid, Flo! Ey, du! Wieso war mein Auge? Nein, du Hund! Ey Marcel, ich bin wirklich nicht! Geh weg! Marcel, geh weg! Ey! Ey! Was ist das für ein Detektiv, Alter? Ohne Spaß, Mann! Hallo! Ich will mich einacken, bitte! Hier, verpiss dich! Alter, nur Wichs! Ich bin fett! Ich mach Zeitungen in Austragen! Mach so meine Rute! Da kommt so... Ich komm so ins Haus! Aus Nummer 23! Und! Da war so ein Hund! Ja! Schön, kleine Hunde! Achso, der hat in die Eier gebissen, oder nicht? Der hat mir fast in die Eier gebissen! Ja! 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 Warte, der hat das gesagt! Alter, er haut nicht! Er ist Reder! Ah! Gleiches Saved, Traitor! Gleiches Saved! Das bin ich nicht! Mann! Ich geh Tester! Scheiße! Mann, ich geh Tester! Nein, nein, doch! Ich bin wirklich nicht! Ich bin wirklich nicht! Ich war... Ich bin echt! Er ist alles! Nein, Flo ist! Flo ist! Flo ist! Flo ist! Flo ist! Der Weg!